Donnerstag, der 1. September 2022. Es ist Deadline Day in der Fußball-Bundesliga. Also der letzte Tag, an dem die Vereine die Möglichkeit haben, sich mit Neuverpflichtungen zu verstärken, den Kader vielleicht an einigen Stellen nochmal auszudünnen. Unter dem Strich natürlich mit dem Ziel, ihn besser zu machen. Und ja, ganz klar, auch beim SV Werder Bremen stellt sich da die Frage, tut sich hier noch was am Osterdeich? Schlägt Sportchef Frank Baumann tatsächlich wieder am letzten Tag der Transferphase zu, wie er das in den vergangenen Jahren ja schon so oft getan hat. Wir sind für euch bereits jetzt vor Ort und werden das den ganzen Tag hierüber aufmerksam verfolgen, was sich so rund um das Stadion und vor allem direkt hinter mir rund um den Eingang zur Geschäftsstelle tut. Denn da würden die neuen Spieler im Zweifel dann reingehen, um ihren Vertrag zu unterschreiben. Ob das heute allerdings passiert, ja, Skepsis ist angebracht. Denn eine richtig heiße Spur oder Gerüchte oder gar schon kurz vor Vollzug, ja, all das gibt es an diesem Deadline Day bisher nicht. Also es scheint tatsächlich dafür zu sprechen, bisher zumindest, dass das eintritt, was die Werder Verantwortlichen in den vergangenen Tagen ja auch stets wiederholt und betont haben. Wir sind glücklich mit dem aktuellen Kader und wir gehen davon aus, dass er nichts mehr passiert. Eine endgültige Absage an Last-Minute-Transfers ist das aber natürlich nicht. Wir erinnern uns, auch im vergangenen Jahr gab es ähnliche Aussagen vor dem Deadline Day und plötzlich ist Mitchell Weiser hier am letzten Tag noch aufgeschlagen, um sich von Bayer Leverkusen an Werder Bremen ausleihen zu lassen. Also bis um 18 Uhr tatsächlich der Hammer fällt und nichts mehr geht. Ist alles möglich, nichts ausgeschlossen. Wir verfolgen das für euch aufmerksam den gesamten Tag über. In der Deichstube verpasst ihr nichts und hört von uns.